Musik Alles ok? Ich will deine härtesten Schläge sehen. Du brauchst dich nicht zurückhalten. Und los! Die Combo war super! Gut gemacht! Ja! Spitze! 30! Richtig so! Also jetzt mal ehrlich! Das kannst du besser! Ja! 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 Man hat viel größer! Vollgas, ja? Ich will arte und präzise Treffer. Hau alles raus. Zeig mir, was du kannst. Ja, Junge, das war ein schöner Treffer. Ja, Junge, das war ein schöner Treffer. Ja, Junge, das war ein schöner Treffer. Super, gut gemacht. Let's find a paar schöne Punches. Ja, Junge, das war ein schöner Treffer. 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 bekannt denn da war es könnte in der serie ist brandon will ließ das ist doch mit wo auch in deutschland und 690 für macht sie dieses mal du bist so Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's. Wir müssen listen! Ich bin sicher. Ich bin sicher. Halt mich jetzt! Ich bin sicher. Ich bin sicher. Schau, Schau, Schau. Gut. For you? Hey! One of these lads for men that we made it quick. Never bought two different catalytic. Like a trap. Colors up quick. Take a根 off please. Come and take them. Keep winning. Das ist gut, wir haben einen, two. Untertitelung des ZDF, 2020 Yes, I'm the king. I'm the king. Now we're going to do it. Let's go. Eli Waxman Nach einer schmachen ersten Runde feierte Henry Cuda ein unglaubliches Comeback gegen den immer gefährlichen Marlon Morales. Hashtag Flashback. Contract earned. Auf Wiedersehen. Musik Hey Douglas, wir haben gerade erst deine UFC-Fahrt angezeichnet und schon schreit jemand nach dir. Herr Raul Jimérez, weiter wenig anscheinend willkommen heißen. Die UFC will den Kampf auf die Beine stellen und sein Angebot zurückstehen. Was hältst du davon? Ich bin nicht hier, um mir gleich Feinde zu machen. Ich muss noch viel lernen. Wenn mir das Kampf um die Frau liegt, bebrüche ich es und sage, dann abzuziehen. Wir haben noch nie von dem Penner gehört, aber ich kann ihn ja mal auf sozialen Medien anschauen. Vielleicht für ein bisschen Aufmerksamkeit für den Kampf sorgen. Ich würde gerne so, so schön. Habe ich keinen solchen Medien nehmen? LUL! Ich würde gerne in der UFC willkommen helfen. Wir sind jetzt auf der Bühne der Großliga und da gibt es große Unterschiede. Wir sind jetzt auf der Bühne der Bühne der Bühne der Bühne der Bühne der Bühne der Bühne. Das ging jetzt vielleicht graußer, aber ich habe kein Problem damit. Ich darf mich in Medien nehmen und nach unserem Kampf wieder zurück noch zu einem Turn zu schicken. Da das falsche Vorstellung, wie das ablaufen wird, äh, Raoul, Jameez, Fighter, wie ich. Ich freue mich trotzdem daraus, in meinem Debüt gegen dich zu kämpfen. Ich bin schon heiß aufs Training, ich laber. Die UFC hat einen neuen Käfer mit ins Boot geholt und Raoul, Jameez, Fighter, kickt seinen Mutterfeld, so ich mich hier nehmen, in seinem ersten Kampf begrüßen zu dürfen. Lass den Namen nicht ändern. Lass die laufen, ich hab heute nicht in München eingeschwimmen müssen. Ja, wofür. Lass den Namen nicht ändern. Lass die Musik, ich hatte ein bisschen mit dem anderen Akacji. Ich hab nur zwei Sterne. Ui, 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 ui. Komm, wir warten, bis dann, wie sie sich mir dein Auge auf mich werfen. Der Kampf Ende der 2-Nurne durch KAAAOF. 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 Der Kampf Ende der 2-Nurne durch KAAAOF.